ja hallo und willkommen zurück zu meinem kanal und jetzt muss ich aufstoßen perfekt ist auch videoaufnahme läuft ja willkommen zurück zu meinem video der last of us haben uns jetzt ja draußen schon durch gemäuchelt und jetzt geht das hier an dem sniper freckel an die google sag ich mal und ob er hier jetzt alleine rum klopfen klopft freucht und kleucht und wie auch immer sich da einen denkt oder auch nicht werden wir jetzt sehen aber ich war der meinung dass der nicht allein im haus ist aber ich bin mir da absolut nicht sicher wo ich kann jetzt mit der funze sehr viel sehen was ist das denn hier so normalerweise sollte ich draußen alle weggeschnetzelt haben ja das müsste der eine gewesen sein der hier ums haus gelaufen ist den habe ich ja schön mit dem kopfschuss weg gemacht ja hey wieso gibt er mir immer das war das richtige haus ne ja ok nicht dass ich jetzt ein haus zu weit gegangen bin das hatte ich nämlich beim ps3 spiel bin ich ein haus zu weit ich habe mich gefreut cool ist keiner da aber da wurde ich damit einmal wie wollte ich zurücklaufen und ich habe mich denn gewundert wo mich damit einmal die sniper wurde ja wieso ich hier lang schleiche ist ich habe die befürchtung dass ich hier nicht mit dem sniper alleine mit da geht es nach oben ok hier kann es ja gar nichts ab grasen alter kann es ja gar nichts aufnehmen was das denn für ein tüdelkram ich glaube der erwartet mich glaube ich auch schon ich glaube der wartet auf mich da haben die textur nachgeladen hier Was ist das? 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 Verdammt! Ups! Was mache ich denn? Wieso schieße ich auf den... Hä? Alter, total verpeilt, Alter! Was mache ich denn, Alter? Was ist das? Oh... So... Sam... ...alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Was ist das? 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 Oh, Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, machen wir... Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit! Dann los! Ich glaub dir kein Wort. Ernst! Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als... ...zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut. Recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann. Ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst. Das ist echt einmalig. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Nee. Ich glaub nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, ähm. Dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Ähm. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Ähm. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Und was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Hm, nicht wirklich. Ja. Ich auch nicht. Oh. Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich habe ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay. Ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Das ist schlecht. Oh Mann. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erstmal ausschlafen. Ah. Na ja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam? Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich. Das ist mal keiner Bruder. Scheiß drauf. Du bist los. Du bist los. Du bist los. Sam? Sam? Henry? Ellie bleib da. Henry? Henry. What's was to getan? Sam? Oh, okay, okay, ruhig. das ist deine Schuld niemand ist daran schuld Henry das ist alles deine Schuld Henry Henry nicht oh Gott wirklich schlecht Jackson County dann sind wir bald in Jackson City, ja? es sind nur noch ein paar Meilen freust du dich auf deinen Bruder? ich will einfach rankommen aufgeregt? ich weiß nicht was ich fühle ok wir haben jetzt zwar erst 15 Minuten aber ich mache jetzt trotzdem erstmal einen Cut nicht dass da jetzt gleich eine Cutscene kommt und dann wird das Video wieder so überdimensional groß deswegen mache ich hier jetzt einen Cut und dann sehen wir uns und hören wir uns vor allen Dingen in einem neuen nächsten Video bis dann ciao 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 ciao